Herzlich Willkommen Freunde der gepflegten Lego Unterhaltung, wir befinden uns beim Aufbau des Quickie Martes mit Tobias, er ist auch wieder dabei. Wir haben gerade auch den Deckel wieder reingefriegelt, das hat auch schon wieder eine halbe Stunde gelauert. Na gut, alles ist da. Tüte Nummer 5, es geht los. Juhu. Das hat klingt. Das hat klingt. Oh, ich sehe wieder Regale. Ich auch. Das hat klingt. Das hat klingt. So, schauen wir mal. Das ist wahrscheinlich ein ähnlicher Aufbau wie in der letzten Folge. Alleine aufgrund der Konstruktion. Ich fände gerade gar nichts. Doch, da fände ich was. Aller Anfang ist schwer. Stein, die ich wünsche. Hier. 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 Hier noch 1. Okay, da wieder so ein 4er rein. Wieder so ein 4er rein. Wieder so ein 4er rein. Sieht schon 4er. Und den hallo ich gerade. 4er, genau. Oh, das sind Donuts. Hm, das sind Donuts. Ich kenne das Donuts. Ich kenne das Donuts. Ja. Wo ist denn? Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Tja. Dann machen wir halt ohne weiter. Das ist ja auch nicht so schlimm. Können wir da noch reinlegen? Dann werden sie einfach einen finden, holen wir ihn dazu. Ja, das ist schon wieder nur gut. Vergraben, wie immer. Ah, das ist mit Sicherheit irgendwo hier drunter. Wie wird das von wegen Zeitdruck? Ja, genau. Ihr müsst wissen, die Specherkarte schafft nur ein paar Minuten. Das heißt ein paar Minuten, dann gehen schon noch 50 drauf. Ja. Ja. Also ich sehe gerade keinen. Ich auch nicht. Ehrlich gesagt. Wie gesagt, bei den Resten ist auch nichts mehr. Das ist ein Dreier da drin. Das ist nur noch ein Dreier. Kein Vierer. Okay. Ja, wir lassen was dabei und hoffen, dass es ausgehen. Ja, ja, kann doch nicht weg sein. Das ist richtig. So rum oder so rum? Wollen wir nur aufpassen. Ne, so rum ist richtig. Hm. Ja, fertig. Da steht der wieder ein. Immer. Aber den kann man ja nachträglich nochmal ranmachen. Ja, deswegen sage ich ja. Hier kommt ja nichts mehr drunter. Richtig. Das ist ja im Grunde. Im Grunde. Ja, natürlich brauchen wir noch einen. Hier unten. Stimmt. Jetzt fällt es langsam auf. Oh, wir haben nicht noch eine Täter 4. 5. Oh. Oh nein. Ernsthaft? Ja, doch. Tadam. 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 Ja, naja! Und teilen die das denn nochmal aufgehören? Ist eigentlich n поist gar keinen Sinn! Tadam ist doch gar des Länders, ja genau! Jetzt schaffen wir es nicht mehr, sem! So! Können wir auch lange so oben... Händen du auch jetzt ein Wolf, der aber gerade. Ja! So, dann haben wir hier sowas. Da drücken wir nochmal 2, weißt du? Das hätte ja nie was gegeben. Nee, wirklich. Das hätte nie was gegeben. Den einen vergesse ich auch mittlerweile auch immer. Aber noch ein Stück. Noch ein Stück. Genau, noch drei Stück. So, dann kommt da sowas rein. Und sowas. Nein. Das sind zwei Nebwanderer. Ja, aber ich habe einen Vierer vergessen. Mein Lieblingsstein. Oh, das Fingernägel hat das schon. Ja. Einer hat mitgedacht. Ich mache mir die Nägel erst am Abend nach dem Lego-Bau. Nicht wie sonst vorher. Aber oft hatten wir da schon. Ja, oft genug. Ich habe keine Fingernägel. Keine Fingernägel. Ich will keine Praktikanten. Gar nichts. Ja, Skandal. Ein ganz arme Schweine. So habe ich es gesagt. Es ist ein Dreier. Es ist ein Dreier. Dann Zweier. Da irgendwo kommt noch ein Dreier. Und zwar da, wo Tobias ihn abhängen gesetzt hat. Genau. Genau da, genau. So. Ich darf schon wieder nachträglich kleben. Andersrum bitte. Ach so, der kommt nach außen. Die kommt nach außen. Oh nein. Jetzt ist alles vorbei. Sekunde. Irgendwie. Champion da. Hallo. Das war schön. Die beiden hast du. Aha, aha, aha. Okay. Zack, 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 zack geht das jetzt. Oh ja, genau. Ich kleb schon mal. Das sieht eher aus wie eine Bankordnung. Ach so, selber. Na, der ist aber schon wieder beklebt, ja. Das ist derselbe wie drin. 11. Hm. Ist auch ein Geldautomat, ja. Ja. Das schätze ich auch mal. Ja, steht da drauf. Easy Money. Ja. Ja. Einfaches Geld. Na ja. Das war's schon. Sie sah komplizierter aus. Und da kommt auch die Nische. Nee, andersrum. Genau. Schön. Eine Ebene fehlt, ja. Die kommt ja jetzt. Absolut. In dem Bild erst. Also, nichts vergessen. Nee, vergiss noch mal nichts. Ich hätte ihn das nur fast überlegen. Oh, was ist das denn? Ein Gläsanderkopf. Ja. Der Kristallschäger. Der Kristallschäger, genau. Genauso sieht's aus. Das wäre auch noch eine Szene, wenn Lego war. Ja. Irgendwie die anderen drum und so. Mhm. Gut geht's als Videospielschein. Richtig. Och, die sind gar nicht schlecht. Jetzt kommt's an den... Oh, wieder Fusion. Ich schieb dir den Kram mal wieder runter. Wird jetzt dran gemacht. Und da machen wir wahrscheinlich wieder so, ne? Ja. Ja. So ist das. Äh, ja. Doch, so kann man arbeiten. Ähm, wirklich so? Ja. Das ist hier, da hinten. Siehst du, ist der... Ja, stimmt ja. Wie vorhin auch. Wie vorhin auch, ja. Wie eine Regenrinne oder was hoch. Muss man mal gucken. Was hat man denn da? Ja, dieses, ähm... Ja. Genau. Hat doch noch ne Tüte. Ja. Das rasset dich manchmal wirklich. Ach, wahrscheinlich hast du das bei dir alles. Alles vergraben, ja. Das ist es. Ja, 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 ja. Kommt da wieder so ein Däscher rein. Mit so einem Knopp. Das ist wieder so ein Knopp. Das ist wahrscheinlich der. Ja, ich hab die schon. Und das ist alles, ne? Das ist alles. Das ist alles nur geklaut. Ejo, ejo. Einmal, zweimal, dreimal. Gut. Dann haben wir einmal, zweimal. Bums und Bums. Dann haben wir hier. Die kommen nach außen. Dann haben wir wieder so seine Mauern. Und wieder. Hm, genau. Da musst du aufpassen, weil die zeigen diesmal noch... Außen. So. Genau. Ja. Ja. So. Kannst du mir was erzählen? Ja. Entschuldigung. Ne, ne, ne. Ist nur lieb gemeint. Das sagt er jetzt. Das sagt er jetzt. Die Kamera muss es kriegen. Schon wieder auf Schläge. War klar, wo es kommt. Ja. So. Dann kommt der nochmal. So da rein. Und dann kommt noch ein zweier drauf. So was? Ne. Ja, aber irgendwie. Ach, kann der nicht da drauf? Ach stimmt. Warte mal. So müssen wir... Ne, so rum. So rum. Genau. Okay. Alles klar. Cool, cool, cool. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. 40. Kannst du kleben. Tue ich. Wo kommt der hin? Der kommt hier hin. 30 verlorene Katzen. Ruf mich an. Die Katzenlady. Die Katzenlady. Die Katzenlady. Das ist auch... Oh, wir haben euch gar nicht reingesumpft. Was? Ein schlimmes Vergehen. Aber auf jeden Fall. Schäme dich. Ja, es tut mir unheimlich leid. Schon vier verpasst, oder? Zwei Minuten. Ja. Ist halt so. Ja. Nicht schön. Müssen wir es nochmal machen. Take zwei, ne? Hier gibt es keinen Take zwei. Das, was im Kasten ist, ist im Kasten, ist im Kasten. Und das ist in der Regel im Kasten. Du kannst ja schon mal die dritte Ebene. Ja. Dritte Ebene. Ist alles so weit weg von hier aus. Ich will auch keinen Fehler machen. So. Was sind das aber für Tön? Alles so, ja, so Make-up-mäßig, ne? Drei. Da, die brauch ich, ne? Ne. So. Das sieht aus wie Make-up. So Make-up, äh, Regal. Das ist auch eine Kühltruhe. Ach, da kommen doch keine Donuts drauf. Make-up-Donuts? Ja, genau. Ey. Scheiße. Entschuldigung. Wo ist alles raus? Dann... Oh, wow. Ja, genau. So. Ähm. Jetzt haben wir den richtigen. Ich kann ruhig schon wieder knibbeln. Ah, ich hab's aus anderen Namen. Da muss man einen drauf passen. Ja, der wird knifflig jetzt. So, blau. Blauer und dann weißer drauf. Blauer. Und da ist ein blauer. Und dann ist hier der weiße. Ach ne, da kommt ein flacher drauf. Das hab ich nicht. So. Sehr gut. Juhu. Und hier hast du den Rest. Ja, so ein Rest. Ach so, der Löffel ist fertig. Quasi. So. Wo ist das, steck ich hin? Wo ist das Regal? Ne, Waschlufttun und so. In die Ecke. Soll ich's reinsetzen? Ja, bitte. Und die Nächsten. Ja, das sah man schon, dass da einiges kam. Boah, mal wieder ganz oben. Mach ich den letzten wieder? Nein, den machst du gerade. Den mach ich gerade, genau. Ähm, gut. Dann nehm ich die Tonnen wieder. Wie toll. Ja, sieht aus wie Tönnchen. Äh, Tönnchen, please. Tönnchen, please. Genau. So. Und jetzt kommen da so braune. Das ist auch so Milch, hier wieder Milchpackungen. Mhm. Da ist eine braune Tonne. Und da kommt ein normaler drauf. So. So, zwei hab ich schon mal. Drei. So, wo haben wir da? Ja. Und dann kommen die da so rum. Ähm, ja. Ausgerechnet Bananen. Ach so, das ist das Oberteil. Das ist das Oberteil. Ich finde nur noch die Platte. Ah, da. Ach so, die Platte hast du schon. Ja, da sitzt das gerade drauf. Nur die hinteren zwei. Genau. Die fehlen wir noch. Danke. Gerne. Ja, haben die noch mehr Milch zu Hause? Könnte auch Kakao sein. Stimmt, kann auch Kakao sein. Ach so weit. Kommt. Eigentlich muss das ja dann auch gekühlt werden, ne? Können wir nehmen, oder? Drei mal rum. Ja, kommt dann nehmen. Weiß. Ja, ist mit Sicherheit wieder gekühlt. Ja, ja. Kommt jetzt auch. Ja, Tönn. Doll. Wohl. Da waren wir gut im Bild da. Ja, mittlerweile haben wir es drauf. Ach so. Aber auch komisch, dass er da so verteilt hat wie Kildron. Ist es ja nicht. Wenn du das zumachst, hast du eine Reihe. Die anderen sind ja da. Ja, das geht ja dann da so rum. Na ja, können wir drauf streiten. Dann kann ich die Regenringe schon mal machen. Ja, ich baue die Mauer. Ja. Niemand hat die Absicht eine Mauer zu bauen. Genau. Äh. Äh. So. Wohin nochmal drei Tönnen. Drei, vier, fünf. Drei, vier, fünf. Drei, vier, fünf. Sechs Stück. Das hat die richtige Höhe, damit das auch abschließt. Das sollte passen, ja. Das wäre auf jeden Fall ein großer Vorteil. So. Ja. Genau eins. So. So. Sollte die richtige Höhe haben, damit das ja auch schön abschließt. Mhm. So wie dazu. Mir fehlt eine Tonne. Ich finde die toll nicht. Eine Tonne schwarze. Ach da. Ja. Nehme ich doch die, bevor die andere kommt. So. Und dann kommt da noch ein Deckel drauf. Ja. Genau. Und dann kommt der irgendwo da hin. So. Ich sehe das von hier aus nicht fest und mal so hilflich. Wow. Kommt das direkt da drauf? Dann fahr doch von der anderen Seite raus. Ach so. Mhm. Verstehe. Tust du gar nicht. Mhm. Mhm. Ich guck noch. Ich mach nix. Ich guck nur. Ich guck nur. Der ist falsch. Aber auch ein interessanter Stein. Mal gucken, was das hier wird. Eine Kaffeemaschine. Da ist eine Mini-Abbildung. Da sehe ich schon. Das ist der Spoiler. Ja, nun. Warum denn nicht? Ich hab einen Spoiler. Ja, du, 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 du. So. Was sind die vierte? So wie Teile, die eigentlich offensichtlich rumliegen müssten. Also das baue ich hier. Nee, ich bin bei der auch noch. Ach so. Das sind so. Ist das einer? Das sind einer, ja. Und ich such drei die ganze Zeit. Kann zwar nicht finden. Die kann ich nicht finden. Hast du mal echt. Sogar mit Panne hier. Mhm. Alles in klein. So. Süß. Da kommt das. Was kommt da vor? So Grillzeugs. Das hab ich ja. Ach, das hast du gemacht. Super. Wie gesagt, das hab ich ja schon vorbereitet. Dann kommt hier die Kanne drauf. Ach, das war die Kanne. Das war kein Gesicht. Ja, hätte auch. Irgendwas anderes. Was will das denn? Beim Touren vom Ohrtang waren das noch Spitzen. Hier ist das so eine Kaffeekanne. So ein Henkel. Mhm, so ein Henkel. Ja, das vier ist einsetzbar. Ja. Muss man nur wissen. Kannst du noch so einen machen? Ja, schon dabei. Ohne Henkel diesmal. Nee, mit? Ja, ach doch. Das ist auch so ein... Ohne Henkel. Jupp, danke. Aber du hast hier noch so bitter und so weiter. Mhm. Wieder so Tönchen. Sowas hier. Tönchen. Das sieht aus wie dumm. Nee, da ist ein Deckel drauf. Da ist aber ein Deckel schon drauf. Hier. Ist der fertig? Der ist fertig. Ja, davon brauche ich noch einen. Das sind diese Coffee-to-go-Dinger. Mhm, genau. Süß. Krass, das ist echt noch geil. Ja, dann kannst du auch Krusty-Burger machen. Ja, stimmt. Jetzt aufrecht. Ja. Dann kannst du auch Krusty-Burger machen. Geile Sache. Oh, jetzt kommt... Jetzt... Boah, ist das Teil groß, ey. Tja, das ist auch berechtigt, ne? Das ist ein großer Mart. So, wenn wir nicht auseinander kommen. So. Moment, wo muss ich jetzt hin? Das ist die falsche Seite. Die falsche Seite, ja. Hier. Wir sind immer noch hier. So. Der kommt da hin? Nein. Ne, der kommt hier hin. Ja, genau. Das ist der Glüten sind. Oh, 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 oh. Jetzt kommt das hier. Jetzt kommt das. Damn, damn. Ach, ist der lang. Ach, ist der lang. Ja, genau. That's what she said. Ja, genau. Oh, Wahnsinn. Warum nicht auch mal so ein paar flache raushauen, ne? Muss auch sein. Kann ich nur immer ernst sein. Ich war noch nie ernst, ich war schon immer Thorsten. Mhm. So, wo kommt das hin? Das kommt hier davor, genau. Warte mal, wie rum? So rum? Das Weiße nach da, also das Weiße hier und dann, genau. Boah. Ja. Da hier nochmal einen kleinen. Ich guck schon mal weiter. Den brauche ich gleich. Da ist das Cash-Ding. Ja, so. Da ist er doch, direkt vor meiner Nase. Ja. So, und der kommt über den Kaffeeautomaten. Und zwar... So. I know, make a cup. Jetzt wird das richtig verwurschteln, ne? So, irgendwie. Mhm. Und wieso kommt dann zwei und einer? Was? Der kommt so. Ach ne, gar nicht wahr. Ich war zu voreilig. Da kommt so einen Haken dran. So einer ist das. Ja, aber... Und den hast du verkehrt rum drauf. Das ist alles. Deswegen passt das nicht. Ja, ist das jetzt sinnvoll für dich? Danke. Danke. Achso, jetzt habe ich meinen Stein immer noch falsch. Mein Stein ist falsch. So. Mein Freund, der Stein. Nein? Nee. Bitte. Sehe ich gerade auch. Fullbar. Ja, das ist nicht so einfach. Ja, das ist die Perspektive, ne? Deswegen... Ja, manchmal ist das nicht so einfach. Nee. Dann kommt dann noch irgendwas... Nee, einer. Also in einer nur. So, dann war das fertig, ne? Du darfst... Ich glaube, kleben, ja. Grün, grün, grün. Sind alle meine Kleider. Hehehe. 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 Nummer 33. Nee, warte mal. Das ist verkehrt. Das muss da hin. Dann kommt da noch ein Vierer. Dann kommt da noch ein Vierer. Dann kommt dann ein Dreier. Und noch ein Dreier. Und noch ein Dreier. Oh. Genau. Eine Ecke. Und der hier. Einer. Der hier. Ah. Ich hab's befürchtet. Nein. Dass es da reinfällt, ne? Kommst du da dran? Ich weiß gar nicht. Da ist er. Der ist er. Ja. Aber ich wär auch drin gekommen. Hier wär's schlimmer. Da. Ja, da in der. Da wär's schlimmer. Da wär's schlimmer. Kommt der wieder rein. So. Der Automat ist auch fertig. Wie war's das hier, ne? Da bin ich... Das hab ich gerade gemacht, genau. Jetzt kommt die Umrandung im Grunde hier noch drauf. Wenn ich das richtig sehe. Ja, sieht's so richtig. Da kommt die Mauer. Da kommt die Mauer. Jetzt guck dir mal an, in welche Richtung der Schlitz zeigt. Nach innen. Ja. Ja, und wann machst du mir das hier rumgedrehen? Ach so, das ist der Schlitz. Genau. Ach, den hast du schon. Ich such ihn halt die ganze Zeit. Ja, genau. Das ist richtig. Das war's dann. Das Easy Money hast du, ne? Ja, das klebt und ist vorne dran. Alles klar. Ich bauch schon mal her. So, gib mir mal den Kram her. Drei, vier Mal. Drei, vier Mal. Einmal über Easy Money. Dann kommt da so ein Dreier. ein Vierer, ein Vierer, ein Vierer, ein so einer, ein Einer, Einer. Und da kommt jetzt die Deckel fürs Abflussrohr. Seid ihr fertig? Ja, danke schon. So, was hast du da denn schon? Das wird jetzt die Würstchenauslage. Nein, kommt die doch noch? Ich finde es ja großartig. Hast du es noch von der Zeit? Ja, ist alles gut. Wir haben noch 20 Minuten, das kriegen wir locker hin. Wäre auch schade gewesen, wenn es nicht dabei wäre. Wir waren zuvor eigentlich, das ist alles. Aber ich finde es ja großartig, dass sie noch kommt. Ja, ich auch. Da kommt wieder eine Kamera dran. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, wo. Kann ich mir das vorstellen? Ja, da ist wieder so ein Haar... Äh, ein Fenster. Wir waren das mit der Kamera vorhin. Hm, keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Die hast du gebaut. Oh Gott, da kann ich nichts zu sein. So. Und da kommt ... So, und der kommt dann, sowas noch mal so, das ist realistischer. Ich vermute mal, dass die da hinkommt. Vermoten. Ja, da bleiben nicht viele Möglichkeiten. Ach so, da kommt noch so ein Grill-Ding hin. Guck mal, da haben wir noch einen Comic, ach, was ist das? Inquisitor. Ach, das ist ja nicht schon ein Inquisitor mit gemeint, ne? So, kleben... Donuts, Donuts. Ja, ein paar haben wir. Ich seh grad vier Stück, die höchste vielleicht gleich, wow. Fünf sogar. Bleiben Sie ruhig. Ab und zu kriegt man solche Donuts beim Bäcker. Also die Simpsons Donuts. Ich weiß schon. Die Hummer Donuts. Da kommen sogar sechs Stück rein, glaubst du? Ja, sechs Stück, genau. Aber die kommen hier auf der Platte. Na, fein ordentlich sortiert. Wie sieht das gehören? Ja, die Würstchen kannst du schon mal hier reinlegen. Soll ich das wirklich tun? Ja, drei Stück kommen da rein. Oder fallen die uns nachher auch weg? Was kannst du nicht sagen? Wie kommen die denn dann? Ach so, da ist sogar ne... Warte mal, ich tu die einfach mal so rein. Die Durchspielen. 41. Ja, so ungefähr. Lamp-Dogs sind das. Lamp-Dogs. Statt Hot-Dogs. Ach so, Lamp von Lamm oder was? Lamm, ja, kann sein. Lammhunde. Steht auf jeden Fall da drauf. Lamp-Dogs. Lamp-Dog-Millionär. Genau. Ähm, ja. Ist das das? Ne. Ist das das nicht? Da ist das. Lamp-Dogs. Lamp-Dogs. Und wie kommt das da rein? Ich ball aus der Kralle. Bleiben Sie ruhig. Lamp-Dogs. 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 Hier so hin würde ich sagen. Lamp-Dogs. 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 Dann setzen wir es richtig drauf, dann passt das auch so. Und deswegen ist das Würstchen auf dem Boden. Deswegen ist das Würstchen auf dem Boden. Zur Anpreisung. Ja. Ja, was denn sonst? Eine Anpreisung ist ein Würstchen auf dem Boden wohl nicht unbedingt. Ist wohl eher ein Hubs, aber ich kann es noch verkaufen. Was er hier auch tut. Ne, Abo. So, der kommt jetzt vor diesem Würstchen-Ding an. Wenn dann richtig. Also hier. Genau, und da kommen noch mal Zeitschriften drauf. Der Springfield Inquisitor. Jetzt kommt deine Kamera. Ich habe ihn schon dran, ja. Dreimal und zweimal das andere. Was steht da drauf? Springfield Inquisitor. Da geht es wahrscheinlich um den Bürgermeister Kribbi, wie er wieder mal Geld verumtreut. Und was machst du da noch? Dieses kleinere? Let's be friends. Ach ja, die Valentinskarten. Genau. Aber irgendwas müssen wir wieder übersehen haben, weil so viele Tannen übrig sind. Hier, siehst du, die Blätter unten drauf. Dann blüht er mal. Aber soweit ist die Tüte fertig. Nummer, war das? Das soll jetzt filmen? Irgendwo. Ja, das bringt hier an. Was könnte ich denn das sagen? Ja, mein Schneiderglaub. Ja, nein, 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 nein. Du brauchst denn nur gucken, wo dieses Klamaten drauf ist? Klammer frei. Und das kommt gleich erst in sechs. Ja, das ist doch doof. Ja, wirklich, kann man nicht überwinden. Ja, dann ist das halt so. Noch nicht weiter blittern. Siehst du, da brauchst du die Dinger. Das ist doch noch nicht das Ende. Ja. Das war doch noch nicht das Ende. Oh, Tobias. Ghh. Ghh. Entschuldigung. Einfach nur Ghh. Entschuldigung. Ja, macht wieder die Pferde, schau hier. Das ist sowieso auch verkehrt, was ich immer mache. Er wird schon wieder Feierabend machen. Was ist das? Ach, da, da kommt der jetzt noch dran. Aha. Ach du, so. Man sollte auch erst mal weiterblittern kommen. Ja, ich find mich schon gewundert. Ach so. Da kommt der große rein. Klimaanlage oder was ist das? Das kommt draußen hin, ja. Bist du so lieb? So rum. Den Stab hast du, ne? Ja. Beim Telefonhäuschen. Den Stab habe ich ja auch. Ja, das war das Ende. Ja. Ja, prima. Sind wir zeitlich da gut hingekommen. Ja. Jetzt behalte deine Flossen auch dahin. Hier steht nämlich Tütchen 6. Ach so. Ja. Und hier kannst du das zusammen knipsen. Cool. Wir lassen es aber erstmal offen, weil wir noch nicht gehen. Wobei, das Bild sagt, mach das zu. Machen wir es zu. So weit, so gut. Sieht gut aus. Das sieht es in der Tat. Ja, dann würde ich sagen, das war Tütchen Nummer 5. Wir sehen uns bei Tütchen Nummer 6, ja. Bittes. Tschau. Tschüss. Tschau. Da, 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 da.